Jetzt sitz ich hier mit Stift und Papier, weil ich Wut in mir spür über das, was passiert. Immer öfter werden Kritiker Stimmen zensiert, während Standpunkt sich nicht ins System integriert. Ich spreche von YouTube, Internet, nur wie so KFM und allen anderen Kanälen, die man sonst noch sperrt. Und ich ruf alle guten Geiste dieser großen Welt, die noch spüren, dass es mehr gibt im Leben. Aus einer Meinung, die man für richtig hält, aus einer Meinung, die für alle zählt. Ich ruf alle guten Geiste dieser großen Welt, die nur spüren, dass es mehr gibt im Leben. Aus einer Meinung, die man für richtig hält, aus einer Meinung, die für alle zählt. Team Off-Speech für jeden Journalist, für jeden Bürger im Netz, für nur wie so KFM. Team Off-Speech für jeden Journalist, für jeden Bürger im Netz, für nur wie so KFM. Ich hab mir lang überlegt, wie man Egel lenkt, wie wir das wieder stärken, was man weltweit beschränkt. Wie kann ich Zeit unterstützen, dass jeder weiter die Berichte der alternativen Medien im Internet finden. Und ich ruf alle guten Geiste dieser großen Welt, die nur spüren, dass es mehr gibt im Leben. Aus einer Meinung, die man für richtig hält, aus einer Meinung, die man für richtig hält. Ich ruf alle guten Geiste dieser großen Welt, die nur spüren, dass es mehr gibt im Leben. Aus einer Meinung, die man für richtig hält, aus einer Meinung, die für alle zählt. Team Off-Speech für jeden Journalist, für jeden Bürger im Netz, für nur wie so KFM. Team Off-Speech für jeden Journalist, für jeden Bürger im Netz, für nur wie so KFM.